Wir sind zurück in Petsimulator 990, mit dabei ist MBK! Was geht ab? Bro, was machen wir heute? Bro, ich muss dir etwas zeigen. Du kommst erst mal mit mir mit zum Dschutz- und Dschungelgebiet. Wie, wie, wie? Was willst du mir? Im Dschungeltempel zu 18. Bro, was willst du mir zeigen? Ich zeig dir etwas, was ist top secret und was du es niemandem weitersagen. Bro, warte, 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 bevor... Äh, wie? Leute, MBK will mir irgendein secret Ding zeigen? Ich hab keine Ahnung, gibt's da einen Huge oder was? Oder Titanic? Es gibt dort einen bestimmten Huge und ich glaub, den hat noch keiner auf der Welt bekommen. Was? Okay, Leute, ihr habt gehört. Also, es soll da irgendwas geben, irgendeinen geheimen Ort. Wir werden mal gucken, wie wir da hinkommen. Aber bevor wir da natürlich hingehen, machen wir wie immer unsere Geschenke auf. Wir gucken, was wir bekommen haben, Leute. Und natürlich, das beste Geschenk gewinnt heute wieder was. Yo, Damage Potion, vielen, vielen Dank. Wir gucken halt einfach mal rein, ob wir hier was Besonderes kriegen. Wir haben bisher eine Angelgoldene 187.000 Diamanten. Yo, nicht schlecht, okay. Dann haben wir hier noch ein Geschenk. Ja, also die Angel ist bisher das Beste. Wir gucken mal, wer uns die Angel gegeben hat. Wir gucken mal rein, Leute. Die Angel haben wir von Let's Mute bekommen. Vielen, vielen Dank, mein Bester, für die goldenen Angel, obwohl ich, glaube ich, selber schon eine Angel habe. Ja, gut, die ganzen Pads, Leute, es war korrekt, dass wir die zusenden. Aber was soll ich mit den ganzen machen? Die habe ich ja selber schon. Also, kann man die irgendwie zusammenfügen oder so? Yo! Yo! Bro, da hat mir jemand 450.000 Diamanten gesendet. Was? Alter, von Rich PSX Play. Junge, der ist auf jeden Fall auf der 1 gerade. Alter, Kuss, mein Bester. Vielen, vielen Dank für die... Nein. Nein. Was? Was ist passiert? Bro. Ich bin huge? Bro. Digga, es hat mir jemanden huge gesendet. Was? Sechs Millionen Diamanten als Bro. Oh mein Gott. Als... Nein, niemals, Bro. Nie... Bro. Hey, wer hat dir das gesendet? Eins, zwei, drei, vier, I am here, zwei. Krass. Yo, was geht bei dir, Bro? Ey, vielen, vielen Dank für dieses krasse Pad. Das gucken wir uns auch direkt an, Leute. Das ist eine riesige... Okay, warte mal. Irgendwie steht da nur riesiger. Wir gucken mal kurz, wie das aussieht. Ich bin mal echt gespannt. Alter. Dank dir, ey. Wirklich. Riesiger... Wo ist er denn, Leute? Okay, den finden wir aber auch einfach so, weil das ist ja eh... Oh. Das ist der hier, Leute. Den rüsten wir direkt mal aus. Guck mal. Guck mal. Ah, der bunte? Nein, nein, nein. Den bunten habe ich gestern gezogen. Guck mal, wie der andere da hinten aussieht. Den habe ich bekommen. Ja, ja, den habe ich bekommen. Ey, voll geil. Vielen, vielen Dank. Einfach ein Huge Pad bekommen. Geil, Alter. Oh, hier Blast noch einmal bekommen. Okay. Glückseiertrank. Geil. Vielen, vielen Dank, mein Bester. Wer war das gewesen? Ich gucke mal kurz hier. Den Glückseiertrank auf Legendary angelehnt. Dylan. Danke, mein Bester. Boah, hey, Leute. Ich sage euch, Geschenke aufmachen. Bockt immer richtig heftig. So. Wir gucken weiter durch. Boah, hier haben wir so ein Exotis. Das sieht cool aus irgendwie. Jetzt haben wir Coin, Speed. Okay. Oh, TNT ist auch cool. Aber nur ein TNT-Liner. Schade. Oh, Rudolf Hoverboard. Hä? Habe ich auch noch nicht. Nodger Black. Dank dir, mein Bester. Ja, ich hatte den Adventskalender leider nicht. Noch ein Hoverboard. Cat Hoverboard. Ey. Junge. Nodger und Noel FN3. Vielen, vielen Dank für die coole Geschenke, ey. Schöne Hoverboards hier bekommen. Dann haben wir hier nochmal so einen Charme-Stein bekommen. Let's go. Okay. Midas Hatch. Boah, Leute. Das ist wie Weihnachten und Oster wieder. Das ist wie Weihnachten und Ostern. Eine Fortune-Flag ist auch immer gut. Ein Crystal Key auch geil. Viele Bücher haben wir diesmal bekommen. Was ist denn das hier, Leute? Was ist denn das hier? Wer sendet wieder so ein Papagei? Mythische Stärkebuch. Geil, Alter. Ey, wir kriegen einfach zu viele Geschenke. Ey. Da hat mir jemand einen Rainbow-Kackhaufen gesendet. Was ist das denn? Junge. Den kenn ich gar nicht. Bro, kenn ich auch nicht. Was ist das denn? Der hat mir einfach Kackhaufen gesendet. Warum sendet derjenige mir Kackhaufen? Wer war das gewesen? Wer war das gewesen, ey? Der Fame-One-Me. Okay, alles klar. Danke, mein Bester. Oh, nochmal ein Lightning-Buch. Fortune-Flag. Kuss, kuss, kuss. Happy Pets. Nice. Ey, Leute. Ich würde halt jeden Einzelnen gerne zeigen. Aber ich komme einfach zu viele Geschenke. Titanic-Geschenk. Let's go. Let's go, mein Bester. Vielen, vielen Dank an Denner Chorok. Okay, mein Bester. Weil du mir ein Geschenk rübergesendet hast, werden wir dieses Geschenk auch direkt öffnen. Vielleicht ist ja was Krasses drin, ey. Oh, Gottes Willen. Okay, wir gucken rein, Leute. Was ist für ein Titanic-Geschenk drin? Von Denner Chorok hier. Okay, okay, okay. Ja, Speed. Ja, ist gut, ne? In Ordnung. Ja, war okay. War okay, mein Bester. Vielen, vielen Dank an Denner Chorok. Okay, mein Bester. Weiter geht's. Basic Coin Jar. Okay, okay, okay. Alter, das Krasseste ist halt wirklich. Wir haben einfach wirklich einen Huge bekommen. Ich kann's nicht glauben. I Am Here 2 hat mir einfach einen Huge gesendet. Ich kann's nicht glauben. Bro, was sollen wir Ihnen zurücksenden? Ich sag ehrlich, was sende ich Ihnen zurück? Ich schreib mir jetzt erstmal seinen Namen auf. Bro, ich weiß gar nicht. Leute, da kann man Ihnen auch gar nichts zurücksenden. Bro, hat mir einfach einen Huge gesendet. Das ist ja zu krank, Alter. Oh, noch ein Geschenk bekommen hier. Ihr Schatzjäger, nochmal gerade reingekommen. Geil, Leute. Ey, Junge. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich hier wieder komplett ausgerüstet habt. Jetzt habe ich zwei goldenen Fishing Rods. Großes Weihnachtsgeschenk. Können wir eigentlich auch öffnen, weil die brauchen wir ja gar nicht mehr aufheben. Wir können die mal alle öffnen hier, Leute. Zack, zack, zack. Ich weiß ja, ich kann da überhaupt was krasses drin sein in den Gebüsten Weihnachtsgeschenken. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht, ne? Also deswegen, Leute, wir werden jetzt alle hier öffnen. Weiß auch nichts drin. Hier ein paar Pads sind drin. Zuckerstern, äppische Pads. Ja. Nichts Seltenes. Obwohl, dieser eine Nussknacker-Pad-Fro, das war echt ein bisschen selten gewesen. Wie findest du mein Hoverboard? Du hast ein UFO? Oha, der ist auch cool. Ich habe mir ein UFO geholt. Das hat er geschenkt bekommen. So ein Pinata. Oh, das ist voll geil los. Ich habe mir ein UFO geholt. Ich habe jetzt Hoverboards, habe ich jetzt eins. Oha, guck mal hier, das Scooter. Oha, das sieht cool aus. Oha, das sieht echt nice aus, Leute. Das Scooter-Ding, das leuchtet sogar vorne. Dann habe ich noch dieses Catboard bekommen. Ja, das glaube ich von VIP. Okay, dann habe ich das zweimal jetzt. Und ich habe natürlich hier mein UFO-Dings, Leute, was am coolsten aussieht. Ja, wie cool. Das ist cool. Das kann man sich aber aktuell für Robux holen. Das Ding ist, so, wir haben jetzt erstmal alle Geschenke durch. Ich würde sagen, komm, wir machen nochmal zum Feier des Tages. Freunde, machen wir nochmal ein paar Pets auf hier. Ich mache jetzt nochmal, ja, kommt für 3.200 Robux-Freunde. Wir holen uns einmal nochmal 10 exklusive Früchteeier. Und dann gehen wir zu dem Secret-Spot, den MBK uns zeigen wollte. Ich bin gespannt, was er da für uns hat. Boah, guck mal, wie viel tränke ich jetzt hier auch wieder habe, Leute. Ey, oh mein Gott, göttlicher Münztrank und so. Aber warte mal, was wollten wir den Guten jetzt schenken? Ich weiß gar nicht. Ich weiß es nicht. Ey. Das Ding ist für Huge. Ja, kann man gar nichts zurücksehen, Bro. Man kann halt nichts zurücksehen. Also, es ist halt, Bro, Huge ist halt schon so heftig. Leute, ich hole dir einfach hier so ein UFO-Board. Ich finde das ganz nice. Ich sende dir das einfach rüber. So ein UFO-Board ist natürlich nicht so viel wert, glaube ich, wie so ein Huge-Pad. Aber ja, vielleicht freut er sich ja trotzdem. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe ja gesagt, wir haben noch welche bekommen. Egal. Achtung, mach erst im Video auf Titanic-Pad. Nein. Als ob... Du verarschst mich. Warum ist das so? Er sendet mir ein Level-Eis-Pad. Nimm ich dich an, frech. Er hat mir einen Hund gesendet, als welcher Hund? Was ist das? Junge, er schreibt Titanic-Pad dazu. Junge, ich glaube, ich drehe durch. So, ich muss jetzt erst mal hier das Geschenk senden. Hier. I am here kriegt von mir ein cooles Cover-Board hier. Danke für dein Huge. Hier bezahlen wir die 10.000, die haben... Hä? Danke für dein Huge. Hä? So. Jetzt kann ich es nicht. Irgendwie ist das immer mit der Mail hier ein bisschen verpackt. Ja. So. Aber ein kleines Ufo-Haver-Board bekommen. Kann er jetzt hier mit rumfliegen. Das ist ja jetzt genauso cool wie Stani-Bunny. Gut, wir wollten jetzt gerade die Eier öffnen. Guck mal, ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, wenn ich drei Eier auf einmal öffne, größer nehme? Das weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh Gott, ich muss... Aber warte mal. Hast du Bücher ausgerüstet, bevor du die aufmachst? Nee, nee, nee. Hast du Bücher? Muss ich da Glücksbücher ausgerüstet, oder was? Na klar. Lucky Egg-Bücher. Ich kann auch... Oder Huge Eggs. Eigentlich macht doch mehr Sinn, wenn ich diese Huge-Bücher öffne, oder? Oder in Kombination... Oh, ich glaube Huge, ja. Ja, ja, doch, doch, doch. So, ich habe jetzt nochmal alle Bücher, alle Huge-Hunter ausgewählt, weil diese Huge-Hunter-Bücher sind natürlich... Warte mal, ich höre auch direkt zum Glückstrank. Ich habe auch 150 Prozent mehr Glück. Oh, wie du leuchtest. Was? Ja, ja, das ist das Leuchtet mal kurz, wenn man den nimmt. Das ist dieser OP-Trank. Ah, okay, okay. So, jetzt haben wir mehr Glück. Guck mal, ich sage euch, das bringt gar nichts aufzudrücken, Leute. Das bringt gar nichts. Also, ich habe da schon... Ja, Blaubeerkuh, Bro. Ich bin doch keine Kuh, Junge. Was ist das? Du bist... Das sind Früchte, ey. Ja, das ist dieses Früchte-Ei. Guck mal, ich sage dir, du bekommst jetzt ein Huge. Das wächst. Der wird jetzt groß. Ja, okay. Oh. Danke für nichts. Das tut mir leid. Danke für nichts. So, ich mache jetzt mal... Ne, soll ich jetzt mal drei auf einmal... Ne, ich mache jetzt mal... Sind das exklusive Eier? Das sind exklusive, ja, das sind exklusive. Boah, das hat 3200 Robux-Geld, kostet zehn Stück. Aber das hat nicht mal dieses fliegende Ding drinne. Dieser Dragonsilver, weißt du? Ja, ich glaube, den bekommt man ja nur aus Christmas-Dings, ne? Ja, den bekommst du nur aus Christmas-Ei und dieses Christmas-Ei gibt es halt nicht mehr. Hey, ein Huge muss dabei sein. Das Ding soll halt jetzt auch richtig gestiegen sein, ne? Dieses fliegende Drache-Ei. Wirklich? Ja, das soll richtig hochgegangen sein, weil es gibt es halt nicht mehr. Guck mal, das ist halt das einzige fliegende Titanic, glaube ich. Oder gibt es noch mehr? Also ich kenne bisher keine Freunde. Ich glaube auch nicht. Ja, das gibt es nicht. Du musst drei auf einmal. Ich sage es so, wie es ist. Drei auf einmal, sagst du? Ich glaube, das ist die Meter. Eins davon wird nicht huge. Oh mein Gott. Ich glaube nicht. Oh mein Gott. Das wird huge, das wird huge, 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 huge. Komm. Ey, Junge. Ist das so hart? Hä? 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 Ey, was passiert hier? Ah! Was ist das? Titanic! Ne, huge. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Riesiger Erdbeer-Korgi. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ist das sogar einer der selteneren? Yo, 1,25 Prozent. Du hattest recht gehabt. Nein. Als ob, ey. Warte, was ist der Wert? Oder siehst du es noch nicht? 8,65 Millionen. Guck mal, wie cool der aussieht. Der ist einfach so eine Erdbeere. Mit so gemischt mit so einem Hund, Leute. Der sieht ja richtig nice aus. Voll geil. Ey, das kann nicht sein. Ich habe huge bekommen. Also hat sich schon mal gelohnt. Heute hat sich schon mal gelohnt. Das letzte Ei noch auf. Und wir holen ja gleich noch das nächste huge ab. Okay. Lass mal hinfahren, Bro. Wir fahren mal jetzt hin. Zeig mir jetzt mal, was du hast. Also du sagst, es gibt irgendwie einen Ultra-Secret-Ort, den du sehr, sehr wenige Leute kennst. Und dafür musst du jetzt erst mal ganz kurz zum Dschungelgebiet. Also Level 18. Komm, wir fahren zum Dschungelgebiet, Leute. Das können wir hier mit unserem UFO machen. Warte mal, kann ich hier noch was freikaufen? Ich glaube nicht, ich habe hier schon alles geholt. Ja, wir können ja mittlerweile 75 Haustiere ausrüsten. Easy peasy. So, hier Eier auf. Dings habe ich auch maximale Stufe. Eier aufmachen hier. Ja, haben wir auch maximale Stufe. Okay, zum Dschungelgebiet sollen wir. Ja, das war eh gleich da. Hier fängt sich schon das Dschungelgebiet an. So. Okay, ich glaube, ich bin jetzt hier im Dschungelgebiet, oder? Nein, du musst ein bisschen weiter. Ja, hier ist doch das Dschungelgebiet. Das ist Level 18, direkt hier, genau. Ja, hier ist doch Dschungelgebiet. Ah, hier gibt es doch Free Potions. Du wirst jetzt denken, dass ich dich veräpple, okay? Ja. Du gehst jetzt hier in den Obby rein. Ja, okay. Okay, wir gehen jetzt hier in den Obby rein. Und bevor du den Obby startest, springst du einfach direkt rechts runter in die Säure. Und wenn du down bist, drückst du auf den Home-Button unten. Bro, wem willst du denn hier veräppeln? Fliegst du runter? Warte mal, warte mal, warte mal. Also ich soll jetzt hier in die Säure reinspringen und soll den Home-Button drücken. Du springst direkt in die Säure und dann, wenn du down bist quasi, drückst du auf das Haus unten. Was laberst du? Mach es doch. Und dann fliegst du erst mal durch die Map. Leute, was labert? Bro. Okay, jetzt haben wir Home-Button. Hä? Hä? Hä, Bro? Was passiert? Wo bist du? Was? Bist du jetzt bei der unendlichen Treppe? Bro, ich bin jetzt hier bei... In so einem Himmel. Ja, ja, ich bin jetzt hier im Himmel, Bro. Ja. Guck mal, es soll dort nach einer Legende, ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie jemanden damit gesehen, ein Huge Angel Dog geben. Laber. Aber ich habe keine Ahnung, also es gibt Leute, die in zwölf Stunden hochgelaufen. Was? Und es ist nichts passiert. Ja. Hä? Aber hier, da steht auch... Ich wundere mich, ob irgendwas am Ende der Treppe ist. Also das muss ja hier irgendwas sein. Es gibt auch anscheinend was. Aber ich glaube, es hat auch keinen Spieler geschafft. Bro, laber, Leute. Als ob das doch total einfach, hier die Treppe hochzulaufen. Aber was passiert? Nein! Ich habe nach Hause gedrückt. Nein! Hä? Man kann ja da gar nichts anderes machen. Du kannst nur zurückgehen oder nach oben laufen. Oh mein Gott, ich wollte da gerade Eier öffnen, Freunde, weil ich dachte, vielleicht hat man da irgendwie... Äh, äh, irgendwie... Kann man da irgendwie was krasses machen oder so? Warte mal, wir gehen da jetzt nochmal rein. Schade, dass wir da nicht zusammen reingehen können. Ja, das ist echt schade, aber... Ach so! Also ich bin... Ja? Jetzt sage ich nochmal... Warte mal, ich muss nochmal rausgehen kurz, Leute. Nämlich, ich wollte noch was zeigen. MBK hat nämlich für uns jetzt einen Clan aufgemacht, wo wir jetzt hier gute Leute einladen werden, nämlich der Stunnybunny-YouTube-Clan hier. Zack! Und jetzt sind wir hier im Clan drinne. Haben wir schon hier Leute drinne, die hier irgendwie OP sind? Ein paar Leute sind schon drin. Und guck mal, wie viel wir schon reingespendet haben, ne? Was bringt das, das Spenden, Bro? Äh, dann können wir auf... Kann ich auf Edit gehen zum Beispiel? Und mehr Slots, dass mehr Leute reinkommen können. Aha! Okay, ich spende jetzt auch mal eine Million rein. So, 10 Tausend... Ich kann dich jetzt... Guck mal, du bist jetzt Officer. Okay, ich bin jetzt Officer, sehr gut. Ich habe jetzt eine Million reingespendet. Und ich mache zwei Minuten. Jetzt kann ich noch mehr holen. Was können wir jetzt holen dafür? Ich kann jetzt noch mehr Plätze für Leute aus der Community nehmen. Also, wenn die ihre Namen in die Kommentare reinschreiben, dass sie krass sind, dann... Ja, genau, krasse Leute, die unten in die Kommentare reinschreiben. Wir können jetzt sechs Leute, können wir jetzt aufnehmen, ne? Äh, guck mal, nee... Ah, sieben jetzt sogar. Sieben? Guck mal, auch dadurch, dass du gespendet hast, kann ich jetzt richtig upgraden. Ach, okay, geil. 9, 10 Leute. Wir können jetzt die besten Leute, die richtig viel aktiv sind, werden wir jetzt auf jeden Fall auch im Clan aufnehmen. Äh, nur, dass ihr Bescheid wisst. Finde ich ganz geil. So, okay, wir gehen jetzt nochmal zu dieser komischen Treppe hin. Also, wir müssen hier ins Ding springen, dann Homebutton drücken schnell. Ah, und wir fliegen durch die Welt. Ey, das ist ja voll strange gemacht. Alter, wie kommt man da rauf? Ja, wie kommt man da rauf? Und guck mal, man kann hier wirklich nur zu Hause drücken. Und man kann hier auch kein Hoverboard drücken, ne? Also... Ich bin eben gerade zwei Stunden nach oben gelaufen und es war nichts. Ja, aber vielleicht, Bro. Wie hoch geht das denn hier, Leute? Junge, man sieht ja noch nicht mal, wie hoch das geht. Nee. Jo, okay, warte mal. Wir laufen jetzt mal hier nach oben. Hm, da muss irgendwas kommen. Ich sag euch, Real Rap, da muss doch irgendwas kommen. Aber, also, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, Leute, wenn man wirklich oben ankommen sollte, dass man da irgendwie einen Titanic bekommt oder so. Überleg mal. Wenn wirklich einer es schaffen sollte, irgendwie so 24 Stunden hochlauf, aber vielleicht kommt auch gar nichts. Das kann auch sein. Weil ich hab mal einen Stream gesehen, da ist jemand wirklich 12 Stunden hochgelaufen und der hat einen Disconnect bekommen. Bro. Das ist krass. Der hat einen Disconnect bekommen. Der hat alles, der ist 12 Stunden umsonst hochgelaufen und der hat nichts bekommen. Das tut weh. Guck mal hier, Leute, man. Also, das ist wirklich eine Treppe. Keep going steht da aber. Also, ich soll weitermachen. Hä? Also, da muss doch was kommen. Irgendwas muss doch hier kommen. Ja, dachte ich mir auch. Aber ich bin zwei Stunden nach oben und nichts. Also. Vielleicht kriegt man, Bro, vielleicht ist das random, dass man hier irgendwas bekommt. Weißt du? Das kann auch sein. So, dass du der Glückliche bist auf denen. Ja, ja. Vielleicht läuft man hier einfach hoch und irgendwie random kriegt man dann irgendwie ein Geschenk oder so. Das wäre natürlich auch geil. Boah, das wäre auch cool. Weil vielleicht, guck mal, die Treppe wären die wahrscheinlich wirklich... Also, man sieht halt auch nichts, ne? Wenn man so nach oben guckt oder so. Guck mal hier. Guck mal hier, Freunde. Das ist hier. Junge, das ist ja bis im Nichts. Also, wir können auch runtergucken. Das ist auch... Also, man läuft auch wirklich nach oben, ne? Also, manche haben ja gedacht so, dass das vielleicht einfach so ein Loop ist. Hä? Guck mal hier. Die Aussicht muss wunderbar sein. Wurde gerade als Nachricht... Ist gerade als Nachricht gekommen. Ja, ich glaube, also, es gibt auf jeden Fall ein Ende. Also, 100%. Aber es hat noch kein Spieler bis zum Ende geschafft, oder was? Äh, ich habe noch keiner mitgesehen. Ich habe bei YouTube geguckt. Niemand. Also, ich glaube, es wissen auch sehr wenige, ne? Mann, ehrlich? Das könnte auch sein, Boris. Ich wusste das ja auch nicht, Leute. Das hat ja, ich glaube, das hat dir ein Zuschauer gezeigt, ne? Ja, genau, genau. Alter, krass, Leute. Also, ich sage euch, hier muss jetzt irgendwas kommen. Hier muss irgendwas Heftiges kommen. Kann man hier irgendwie schneller hoch, oder so? Oder vielleicht muss man irgendwo runterjumpen, oder so? Dass man dann irgendwie... Vielleicht auf eine Wolke, oder so. Das kann auch sein. Aber nee. Kann auch sein. Also, es kann auch so ein Spaß sein, dass du direkt am Anfang runterspringen musst, ne? Guck mal, hier. Hier ist gerade... Ich mache einen großartigen Fortschritt, stand da gerade. Na? Ey, da muss doch irgendwas kommen. Ey, ich sage dir ehrlich, ich glaube, ich werde gleich mal probieren, auf ein Ding zu springen, auf eine Wolke. Und dann mal gucken, ob wir da irgendwie was, äh... Das wäre krass. Und dann bist du der Erste, der das hat. Ja, dann... Was denkst du, wie viel Diamanten das wert ist? Das ist bestimmt 100 Millionen. Ach, mehr! Ich denke mal, 600, 700 Millionen locker. Mehr! Bestimmt, ja. Wenn ich sogar eine Milliarde, weil das Ding ist, wenn das keiner hat, Freunde, und du der Einzige bist, das ist ja unbezahlbar. Guck mal, dieses Huge Silver Dragon kostet ungefähr 330 Millionen Diamanten. Krass. Das Ding ist ja 10.000 Euro dann wert. Ja, vorbei. Also, wenn wir das wirklich bis zu dieser... Ich weiß nicht, Leute. Warte mal, ich spring mal jetzt hier. Nee. Schade. Also, warte mal, ich hab ne Idee, Leute. Da hast du, bis auf die Wolke runter? Krieg nichts, krieg nichts, krieg nichts, krieg nichts, krieg nichts. Krass. Ich sag dir aber, was du jetzt, ob ich kriege... Warte mal, Geschränke. Guck mal, wir haben direkt wieder ein paar Geschenke. Was? Was? Was ist passiert wieder? Bro, das gibt's nicht. Das gibt's nicht, Bro. Das gibt's nicht. Bro, das gibt's nicht. Das gibt's nicht, Bro. Da hat mir gerade Laser Konto Dev hat mir gerade ein Huge gesendet. Nein. Bro, ein riesiges, goldenes Huge sogar. Ein goldenes sogar. Ein goldenes Huge? Golden. Achso, das sind die hier. Das sind die hier, ja. Bro. Ultra korrekt. Ultra korrekt. Vielen, vielen Dank, Laser Konto. 6,73 Millionen Diamanten. Bro, vielen, vielen Dank für dein geiles Huge. Ey, das ist, Leute, ey, ey, das ist... Bro. Du checkst gerade nicht, was die Leute mir gesendet haben. Sag nicht wieder ein Huge. 1,1 Millionen Diamanten. Was? Von Mario LP 82, Bro. Er hat mir einfach 1,1... Leute, wisst ihr, wie teuer 1,1 Millionen Diamanten sind? Das sind... Guck mal hier. 600.000 Diamanten kostet 1,600 Robux. Junge, er hat mir einfach Diamanten fast im Wert von 4,000 Robux, äh, 3,000 Robux gesendet. Bro, was ist bei dir? Junge, der hat mir... Guck mal, was mir jemand für ein Pet gesendet hat. Hä? Ich check die Laser... Nein, der Typ ist... Der Typ ist krank. Der Typ ist krank. Der eine Typ ist krank, Bro. Noch eins geschickt. Bro, du checkst aber auch nicht, was für ein Pet. Guck es dir mal an. Wie? Warte, ich komme sofort. Guck mal hier, wie krass das aussieht. Junge, das ist hier, das ist hier, äh, das ist zwar nur so ein 95... Das ist zwar nur 600.000 wert, aber derjenige hat mir auch gerade ein Huge gesendet. Guck mal, lass uns jetzt angucken. Du bist bei der Postbank da, ne? Ja, ich bin hier bei der Postbank. Okay. Oh Gott. Okay, grüßes Weihnachtsgeschenk. Grüß mein Bester. Können wir gleich aufmachen. Miras Katsch. Yo. Yo, da sendet noch einer ein. Was ist das denn? Bro, da hat jemand noch eine Million Diamanten. Wer ist das, Bro? Hä? Einfach nur Leon. Ich sag euch ehrlich, also Laser, Konto, Dev kriegt jetzt auch erst mal was zurück. Laser, Konto, Unterstrich, Dev. Bro, da kriegt jetzt erst mal was zurück und zwar, wir senden ihn, ich finde es ganz cool eigentlich, nämlich hiervon habe ich ein paar zu viele Leute. Aber das ist auch, das ist auch schon ein bisschen was wert, glaube ich, hier riesiger Jäger, Bro. Kriegt der eins auf jeden Fall. Zack, ein riesiges Jäger. Danke. Ich glaube, ich kann nicht nichts machen. So, danke. Zack. Bro, dank dir, mein Bester. Ey, krass, krass, krass. Er sendet mir einfach zwei so überheftige Pads. Das ist krass. Hier haben wir auch nochmal ein geiles Rainbow-Pad bekommen. Wer war das gewesen? Okay, danke, Bro. Kuss, kuss, kuss. Ey, Junge, ich kriege gerade nur noch, nein, ich kriege jetzt nur noch OP-Pads. Ich kriege hier gerade nur noch OP-Pads, hier auch. Als ob. Edit hat mir jetzt hier auch so ein 90% glänzendes Pad gesendet. Alter. wer war das hier gewesen so ein banan habe ich bekommen nein ich muss gucken von wem wer war das gewesen junge banan hoverboard von schalltrupa laser konnte der hat ihn noch mal die sachen gesendet warte mal die junge das kostet auch 600 diamanten ich kenne das aber nicht da das aussieht ja einfach eine banane leute krank ist das kurs wie gesagt ihr sollt mir nur das rüber sein was ich brauche ein crimex hatten hier gerade 150.000 diamanten noch über gesendet und ich habe hier noch mal ein pudel bekommen leute kurs für die kranken geschenke heute seid ihr komplett durchgedreht guckt euch mal was wir uns gut wie viele items ich jetzt hier habe das ist doch nicht mehr normal hier war alles ausgerüstet erst mal sagt kurs 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 leute das soll es gewesen mit der folge lasst like und abo da wenn es euch gefallen hat schimmel das war Bis zum nächsten Mal.